Lesson 79 Geld Exercises 1. Er hat mein Geld 2. Wir haben Geld 6 Euro und 12 Dollar 3. Mein Vater hat kein Geld 4. Der Junge hat 8 Dollar 5. Meine Schwestern haben mein Geld 6. Mein Bruder hat Geld, aber ich habe kein Geld 7. Du hast kein Geld, aber ich habe 5 Euro 8. Ihr habt 10 Dollar, aber wir haben kein Geld 9. Sie haben Geld, 5 Euro und 2 Dollar 10. Dein Bruder hat kein Geld, aber deine Schwester hat 10 Dollar 10. Dein Bruder hat kein Geld, aber deine Schwester hat 10 Dollar